Ich hab mir neulich dein Homeoffice-Video angeschaut. Naja, dafür, dass nichts werden sollte, ist auch nichts Vernünftiges bei rausgekommen, ne? Halt doch einfach mal die Klappe, du Arschgesicht. Endet in einem Wort Gefecht, überall mischt er sich ein, ganz egal, was ich auch tue. Er weiß immer alles besser, gibt nie einen Wirtung zu. Neulich hatte ich die Nase voll, da sagte ich ihm, Barsch, halt doch endlich mal die Klappe. Du selten blöder Mann, deine schlauen Kommentare, ja, die interessiert mich nicht, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Du Arschgesicht Du Arschgesicht Neulich bin ich in die Kneipe, habe mir ein Bier bestellt. Da setzte sich so'n Typ zu mir, erklärte mir die Welt. Er war voll wie eine Natter, redete in einem Wort. Und in diesem Monolog kam ich nicht einmal zu Wort. Dann hatte ich die Nase voll, da sagte ich ihm, Barsch, halt doch endlich mal die Klappe. Du selten blöder Mann, deine schlauen Kommentare, ja, die interessiert mich nicht, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Du Arschgesicht Eines ist wohl klar in jedem Fall, Arschgesicht, da gibt es überall. Mann, deine schlauen Kommentare, ja, die interessiert mich nicht, lass mich doch einfach mal in Ruhe. Du Arschgesicht 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 Untertitelung des ZDF, 2020